Hey Leute, hier sind wieder Kübi und Schmidi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kübi, was ist? Schmidi, genau. Heute sind wir hier in Venedig, was ganz besonderes und wir haben echt eine geile Wette am Start und zwar müssen wir, ich glaube ein Kaugummi kaufen, aber hier einer von uns läuft und sucht Kaugummi, weil hier gibt es kein Kaugummi, hier gibt es nur noch Masken, aber sonst, der eine läuft gegen und sucht zumindest Kaugummi in Schleifen und derjenige, der schneller, das ist der Vermittelskaugummi in Schleifen gefunden hat, gewonnen. Also, wir starten, da hinten am Marktplatz und die Zeit wird genommen, das macht der Johnny hier für uns und dann geht es los und ich fange an und dann würde ich sagen, dass wir gehen lassen. Also, Schmidi, der kauft sich jetzt seinen Pfefferminz Streifen. Kaugummi, rennt jetzt gleich mal los, während unser Johnny die Stoppuhr hält und stoppt. Also würde ich sagen, Kübi, renn los, viel Erfolg. Ich will eben besser sein, dass du, dann musst du rein. Kübi, gib den Countdown. Gib den Countdown. Drei, zwei, eins, go. Gut, wir gehen natürlich dann zum Schluss hinkenschluss. Drei, zwei, eins, go. Bies, drei, zwei. Drei, zwei, zwei, zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020